Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob es sinnvoll sein könnte, in Wasseraktien zu investieren. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal das Aktienalpaka aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsen-News und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Um die Frage beantworten zu können, ob es sinnvoll ist, in den Bereich Wasser bzw. in die dortigen Unternehmen zu investieren, ist es zunächst erforderlich, einige Hintergrundinformationen zu kennen. Die Bundeszentrale für politische Bildung schrieb Ende 2017, weltweit werden jährlich rund 4000 Kubikkilometer Frischwasser entnommen. Davon werden etwa 70% im Agrarsektor, 20% in der Industrie und 10% auf kommunaler Ebene verbraucht. Der weltweite Wasserverbrauch hat sich zwischen 1930 und 2000 etwa versechsfacht. Hierfür waren die Verdreifachung der Weltbevölkerung und die Verdoppelung des durchschnittlichen Wasserverbrauchs pro Kopf verantwortlich. Gegenwärtig entfällt allein auf Indien 19%, China 15% und die USA 12% knapp die Hälfte der weltweiten Wasserentnahme. Nach Angaben der FAO, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Staaten, liegt in 10 von 178 Staaten die jährliche Frischwasserentnahme über den sich erneuerbaren Wasserressourcen. An erster Stelle steht dabei Kuwait, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Neben der Wasseraufbereitung müssen diese und andere Staaten einen in einigen Fällen sehr hohen Teil ihrer Wasserversorgung über den Grundwasserbestand abdecken. Von den etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometern Wasser auf der Erde sind nur etwa 2,5% Süßwasser. Davon sind wiederum mehr als zwei Drittel in Gletschern und als ständige Schneedecke bzw. Eis gebunden. Weitere 30% befinden sich als Grundwasser unter der Erde. Knapp 1% bilden Bodenfeuchtigkeit, Grundeis, Dauerfrost und Sumpfwasser. Nur etwa 0,3% der Süßwasservorräte, rund 100.000 Kubikkilometer bzw. 0,008% allen Wassers sind relativ leicht, vor allem in Seen und Flüssen, für den Menschen zugänglich. Hinzu kommen weitere 8.000 Kubikkilometer, die durch Dämme aufgestaut werden. Ein weiterer wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Wasserstress. Wasserstress besteht laut Vereinten Nationen, sobald mehr als ein Viertel der erneuerbaren Wasserressourcen genutzt wird. Über 2 Milliarden Menschen leben in Staaten mit hohem Wasserstress. Jüngste Schätzungen zeigen, dass über 50 Staaten von Wasserstress betroffen sind. In Deutschland sieht es weit besser aus. Es werden laut Bundesumweltamt seit 15 Jahren weniger als 20% der erneuerbaren Wasserressourcen genutzt. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, dass etwa 4 Milliarden Menschen und damit fast zwei Drittel der Weltbevölkerung aktuellen Schätzungen zufolge während mindestens eines Monats im Jahr unter schwerer Wasserknappheit leiden. Seit den 1980er Jahren steigt der Wasserverbrauch weltweit um etwa 1% pro Jahr. Es wird erwartet, dass der globale Wasserbedarf bis 2050 weiter in ähnlicher Größenordnung steigen wird, was einem Anstieg von 20 bis 30% über dem derzeitigen Wasserverbrauch entspricht. Der stetige globale Anstieg ist vor allem eine Folge der steigenden Nachfrage in Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch in den meisten dieser Länder liegt jedoch weiterhin weit unter dem Wasserverbrauch in Industrieländern. Prognosen zufolge wird der Anteil der Landwirtschaft am Gesamtwasserverbrauch künftig im Vergleich zu anderen Sektoren sinken, dabei jedoch der größte Nutzer im Hinblick auf Wasserentnahme und Verbrauch bleiben. Bezüglich der Wasserqualität gibt es Folgendes zu sagen. Über 80% aller Abwässer weltweit werden ungeklärt in die Umwelt entsorgt. Krankheiten, die in Zusammenhang mit verunreinigtem Wasser stehen, wie zum Beispiel Cholera, sind nach wie vor in vielen Entwicklungsländern weit verbreitet. In diesen Ländern wird in der Regel nur ein geringer Teil des Siedlungsabwassers geklärt, zuweilen weniger als 5%. Nährstoffbelastungen sind weiter eine der häufigsten Formen der Wasserverschmutzung. Ein Großteil von ihnen stammt aus der Landwirtschaft. Etwa 90% aller Naturkatastrophen sind wasserbedingt. Im Zeitraum zwischen 1995 und 2015 machten Überschwemmungen 43% aller dokumentierten Naturkatastrophen aus. 2,3 Milliarden Menschen waren von ihnen betroffen. 157.000 Menschen starben. Der Sachschaden belief sich auf 662 Milliarden US-Dollar. Dürren machten in demselben Zeitraum 5% der Naturkatastrophen aus. Sie betrafen 1,1 Milliarden Menschen. 22.000 weitere starben. Der Sachschaden belief sich auf 100 Milliarden US-Dollar. Während die Zahlen von Jahr zu Jahr stark variieren, hat sich das Gesamtrisiko durch Katastrophen zur Flucht gezwungen zu werden seit den 1970er Jahren verdoppelt. Dieses vor allem auf das Bevölkerungswachstum und die Anfälligkeit gegenüber Naturgefahren zurückzuführen. Dieser Trend wird sich laut Prognosen mit den negativen Auswirkungen des Klimawandels fortsetzen. Erwartungen zufolge wird der Klimawandel die Häufigkeit und das Ausmaß extremer Wetterereignisse erhöhen. Thema Wasserversorgung. Der Anteil der sicheren Trinkwasserversorgung variiert stark zwischen den Kontinenten. Von nur 24% in Sub-Sahara-Afrika bis 94% in Europa und Nordamerika. Ebenso variiert er innerhalb von Staaten je nach Region und Wohlstand. Nur etwa ein Drittel der Menschen mit einer sicheren Trinkwasserversorgung lebte 2015 in ländlichen Gebieten. Von den Ländern, in denen 2015 eine grundlegende Trinkwasserversorgung für weniger als 95% der Bevölkerung verfügbar war, ist nur jedes Fünfte aktuell auf einem guten Weg bis 2030 eine universelle Grundwasserversorgung mit Wasser zu erreichen. Thema sanitäre Versorgung. Fortschritte wurden bei der sanitären Versorgung zwischen den Jahren 2000 und 2015 erzielt. Bis 2015 hatten 154 Staaten über 75% ihrer Bevölkerung mit mindestens grundlegenden sanitären Einrichtungen versorgt. Der Anteil der Weltbevölkerung, der mindestens eine grundlegende sanitäre Grundversorgung nutzt, stieg zwischen 2000 und 2015 von 59 auf 68%. Aber das bedeutet auch, dass 2,3 Milliarden Menschen jegliche grundlegende sanitäre Versorgung fehlte. 892 Millionen Menschen praktizierten ihren Notdurft im Freien. 3. Wasserverschmutzung durch die Industrie. Mit der industriellen Revolution entstanden zunehmend schwer abbaubare giftige Abwässer. Die Abwässer aus Bergwerken konnten durch einen hohen Schwefelgehalt des Erzes sehr sauer sein, sowie Eisen und Schwermetalle enthalten. Die Eisen- und Stahlproduktion verursachte darüber hinaus große Mengen giftiger Abwässer, die unter anderem Zyanide und Schwermetalle enthielten. Dazu kam noch, dass die entstehende chemische Industrie Salze, Farbstoffe sowie neuartige giftige organische Chemikalien freisetzte. Wasserverschmutzung durch die Landwirtschaft. Seit den 1940er Jahren nutzt die Landwirtschaft zunehmend Kunstdünger. Abflüsse aus Feldern und Weiden führen dazu, dass große Mengen an Phosphor und Stickstoff in Gewässer gelangten. Hier ist Phosphor und Stickstoffmangel aber oft der begrenzende Faktor für das Wachstum von Bakterien und Pflanzen. Die Folge, Bakterien und Wasserpflanzen wuchsen übermäßig. Das Problem, wenn sie absterben, verzerrt der Zersetzungsprozess Sauerstoff, der dann anderen Lebewesen fehlt. Die Folgen können tödlich sein. Dieser Prozess ist vor allem in Seen ein Problem, da das Wasser hier nicht wie in anderen Flüssen ständig ausgetauscht wird. An dieser Stelle gäbe es noch viele weitere Punkte, wie zum Beispiel Plastikmüll oder Erdölunfälle zu nennen. Um die Folge nicht noch länger werden zu lassen, möchte ich es aber bei der Benennung dieser Probleme zunächst belassen. Der Blog Waterlogic sammelt weitere Fakten zur Wasserverschmutzung, die für mich beeindruckendsten möchte ich mit euch teilen. 3% aller Todesfälle weltweit sind unsicherem oder mangelhaften Wasser- und Abwassersystem sowie schlechter Hygiene zuzuschreiben. Diese Angabe schließt auch 15 Millionen Kinder unter 5 Jahren mit ein. 3,5 Milliarden Menschen werden 2025 laut einer Umfrage von Food & Water Watch zufolge mit Wasserknappheit rechnen müssen, hauptsächlich aufgrund Wasserverschmutzung. In China ist mehr als die Hälfte des Grundwassers verunreinigt. Nachdem wir nun, denke ich, eindeutig festgestellt haben, dass wir uns in einem Bereich bewegen, in dem dringend etwas getan werden muss, stellt sich nun die Frage, wer bzw. welche Firma hat die Produkte und die Möglichkeiten, diese Probleme zumindest zum Teil zu lösen. Die drei meiner Meinung nach bestpositionierten habe ich euch heute mitgebracht. Zunächst möchte ich Dennerher erwähnen. Dennerher wurde im Jahr 1969 gegründet und hat sich zu einem innovativen und weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie entwickelt. Dennerher beschäftigt aktuell ca. 69.000 Mitarbeiter und besteht aus einem Verbund von über 20 Unternehmen. Dies bietet den Vorteil, dass sich jedes der Tochterunternehmen auf einen der drei Geschäftsbereiche bzw. auf bestimmte Produkte innerhalb dieser Geschäftsbereiche spezialisieren kann. Die drei Geschäftsbereiche von Dennerher unterteilen sich in Life Science, Diagnostik sowie Environmental Interplied Solutions. Zur letzteren zählt dabei neben beispielsweise der Entwicklung von innovativen und umweltfreundlichen Verpackungen auch das Thema Trinkwasseraufbereitung. Durch die Produkte und Lösungen des Unternehmens leistet Dennerher einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung einer weltweiten Wasserversorgung. Dabei liefert das Unternehmen sowohl Lösungen zur Messung als auch Verbesserung der Wasserqualität. Diese umfassen unter anderem Präzisionsinstrumente, Reinigungstechnologien, Software und Verbrauchsmaterialien und eignen sich sowohl zur Grund-, Meer- und Quellwasser als auch zur Abwasseraufbereitung. Dennerher selbst spricht von einer sogenannten Water Platform, die es mittlerweile durch unterschiedliche Unternehmenskäufe aufgebaut hat. Wichtig ist mir aber zu erwähnen, dass von den genannten Geschäftsbereichen Environmental Interplied Solutions mit Abstand die geringste Umsatzstärke besitzt und zudem auch im Verhältnis zu den weiteren Bereichen am langsamsten wächst. Zuletzt konnte die Sparte LifeScience im Vergleich zum Q3 des Vorjahres um 24,5% wachsen, Diagnostik um 29,5% und Environmental Interplied Solutions um lediglich 7%. Der TraderFox Qualitätsscore von Dennerher liegt bei 14 von 15 maximal möglichen Punkten. Die Bewertung ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 26 für das Jahr 2022 nicht gerade preiswert, dennoch scheinen für die zuletzt guten Wachstumsaussichten und die spannenden Geschäftsbereiche des Unternehmens die Bewertung zumindest verständlich. Auch die Analysten scheinen Dennerherrs Zukunft positiv zu sehen. Immerhin 16 von 23 Analysten vergeben ein Buy-Rating. Wer somit in den Bereich Wasser investieren möchte, aber gleichzeitig nur ein geringes Risiko tolerieren will, ist bei Dennerherr an der richtigen Stelle. Die Marktkapitalisierung liegt bei 200 Milliarden US-Dollar, was Dennerherr zu einem echten Schwergewicht macht. Zudem ist das Unternehmen in sich diversifiziert, was zusätzlich das Risiko selbst bei einer schlechten Entwicklung im Wassergeschäft minimieren sollte. Das nächste Unternehmen, welches ich vorstellen möchte in diesem Zusammenhang, ist Xylem. Xylem ist ein amerikanisches Unternehmen, welches sich selbst als weltweit führendes Unternehmen im Bereich effizienter, nachhaltiger Wassertechnologie bezeichnet. Das Unternehmen entstand im Jahr 2011 durch eine Abspaltung der Wassersparte des Industriekonzerns ITT. Xylem hat sich auf innovative Lösungen rund um den Wasserkreislauf spezialisiert, die es als Smart Water, intelligentes Wasser, beschreibt. Dazu zählt Wasser- und Abwassertransport, Aufbereitung von Wasser und Abwasser, Analysen der Wasserqualität, Prozessoptimierungen sowie Rohrleitungszustandsanalysen. Xylem vermarktet in mehr als 150 Ländern Systeme zur Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie zur Steuerung von Wassersystemen. Auch Wärmetauscher, Rührwerke und Filtersysteme zur Wasserreinigung sowie innovative Pumpen, mit denen sich Wasser zuverlässig transportieren lässt, sind im Angebot. Xylem installiert darüber hinaus sensorgesteuerte und softwarebasierte Technologien zur Wasserverlustreduzierung sowie Technologien zum effizienten Umgang mit Abwasser. Für die Industrie entwickelt Xylem Reinigungssysteme, die mit Ozon- und UV-Licht arbeiten. So lässt sich hochreines Wasser beispielsweise für die Pharmaindustrie produzieren. Auch Systeme zur Bewältigung von Überschwemmungen und anderen wasserbedingten Umweltschäden werden hergestellt. Während der von starken Waldbränden begleiteten großen Wasserknappheit in Kalifornien wurde die Technologie des Unternehmens eingesetzt, um Wasser aus dem Colorado River abzuzweigen und zu reinigen. Xylem ist ein kerngesundes, gut diversifiziertes Unternehmen aus der Wasserbranche und gilt in einigen Bereichen sogar als marktführend. Im Gegensatz zu Denner her handelt es sich um eine reine Wasseraktie. Aus diesem Grund fehlt der Wert in kaum einem Portfolio von Wasseraktien und gilt häufig als eine Art Basis-Investment. Zuletzt ist die Aktie der Firma aber gut gelaufen, was mittlerweile zu einer stattlichen Bewertung mit einem Kursgewinnverhältnis von 33 für das Jahr 2022 geführt hat. Auch die Analysten werden langsam vorsichtiger. 14 vergeben eine Haltenempfehlung. Zudem gibt es sowohl drei Kauf- als auch Verkaufsempfehlungen. Insgesamt muss man darüber hinaus konstatieren, dass das Unternehmen eher moderat mit hohen einstelligen Raten im Umsatz wächst. Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 16 Milliarden US-Dollar. Der letzte Titel wird auf den ersten Blick für Irritationen sorgen. Aber wenn man bedenkt, dass weltweit jährlich 70 Prozent der rund 4.000 Kubikkilometer Frischwasser für den Agrarsektor entnommen werden, sollte es schnell verständlich werden. Die Rede ist von Bayer. Die Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen ist ein börsennotierter Chemie- und Pharmakonzern mit insgesamt rund 99.600 Mitarbeitern, Stand Jahresende 2021. Das geschäft wird über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science geführt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete der Bayer-Konzern einen Umsatz von rund 44,1 Milliarden Euro. Gerade die Division Crop Science, mit der das Unternehmen eine führende Rolle im Agrarbereich einnimmt, ist spannend für das heutige Thema. Bayer bietet hier maßgeschneiderte Lösungen für Landwirte, um ihre Ernten mit weniger Land-, Wasser- und Energiebedarf anzubauen und zu schützen. An dieser Stelle möchte ich beispielhaft drei Themen nennen, an denen das Unternehmen arbeitet bzw. mitarbeitet. Die Climate FieldView-Plattform beispielsweise meldet dem Landwirt Niederschläge im Voraus. Mit solchen Meldungen lassen sich Felder präziser bewässern. Überwachungstools helfen außerdem dabei, dass weniger Pestizidrückstände in Süßwasserreserven abfließen. Mit Echtzeitinformationen wird Wasser nur dann und dort verbraucht, wo es nötig ist. Damit lässt sich wiederum eine gute Ernte sichern. Durch Kombination von Satellitenbilder, Drohnenbilder, Boden- und Wetterdaten können Landwirte nicht nur nachhaltiger wirtschaften, auch die Bewässerungssysteme des Betriebes können besser verwaltet werden. Ein weiteres Thema wären trockenheitstolerante Pflanzensorten. Um den beschriebenen Problemen entgegenzuwirken, entwickeln Biotechnologen in den Weizenzuchtzentren weltweit neue trockenheits- und stresstolerante Weizensorten. In ihren Laboren stimulieren die Forscher die Klimabedingungen eines heißen Sommers, eines kalten und feuchten Frühlings oder einer extrem dürre Periode. Das Ziel, Pflanzen züchten, die unter lokalen Klima- und Bodenbedingungen höhere Erträge liefern und Schädlinge, Krankheiten, aber auch extremen Wetter besser standhalten. Auf diese Weise können Landwirte zum Beispiel robuste Weizenpflanzen anbauen, die weniger Wasser verbrauchen. Zuletzt möchte ich auch die Tröpfchenbewässerung ansprechen. Bei der Tröpfchenbewässerung sind die Leitungen direkt im oder auf dem Boden angebracht. Das ermöglicht die punktgenaue Bewässerung und Versorgung mit Dünger, Mikronährstoffen und Pflanzenschutzprodukten. So kann die Pflanze alles direkt aufnehmen und nichts wird verschwendet. Bodenfeuchtigkeitssensoren liefern beispielsweise genaue Daten darüber, wie viel Wasser zu welchem Zeitpunkt im Lebenszyklus der Pflanze gebraucht wird, wobei die Bewässerung automatisch verläuft. Diese Technologie könnte in Verbindung mit Wetterprognosen und Daten zu Schädlings- und Krankheitsvorkommen auch für die Versorgung mit Pflanzenschutzmitteln genutzt werden. Auch aufgrund der Probleme im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme ist das Unternehmen aktuell nicht überteuert. Auch wenn Bayer kein klassisches Wasserinvestment ist, arbeitet die Firma doch an vielen Lösungen, die die weltweite Wasserverschwendung reduzieren sollen und befindet sich somit meiner Meinung nach zu Recht auch auf dieser Liste. Zum Abschluss möchte ich festhalten, dass das weltweite Wasserproblem ein sehr komplexes ist, welches nicht durch eine einzelne Maßnahme oder ein einzelnes Unternehmen behoben werden kann. Mut macht aber die Tatsache, dass einige Unternehmen sich trotzdem dieser Herausforderung stellen. Es wäre mit Sicherheit zu viel gesagt, dass man mit seinem Investment die Welt verändern kann. Dennoch finde ich es einen schönen Gedanken, mit seinem eingesetzten Kapital etwas für eine bessere Zukunft zu tun.